Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Danke, 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 danke Was brauchst du, Stalker? Das war's, jetzt teilen wir Ihnen eine Lektion Ich bin ganz ohr So, und jetzt Erstmal nochmal speichern Ich überlege nämlich jetzt gerade, ob ich weiter soll oder zurück Wo versteht ihr kleinen Scheißen euch? Wir kommen von da drüben Es sieht alles ruhig aus Was brauchst du, Stalker? Ich bin ganz ohr Tja Keine Ahnung, was er möchte Die Frage ist, gehen wir jetzt Ne, wir gehen zurück, würde ich sagen, oder? Ich würde schon sagen, dass wir zurückgehen Lass mal auf das PDA gucken Ortskundiger im Fischdorf Tap, tap, tap Also, was kann ich für dich tun? Und was willst du? Dann kannst du mich führen Auf zur Basis Das zeugt mir nicht erst später ein Wenn ich mal eine richtig gute Waffe habe Weil im Moment Bringt mir das alles nichts Tja Die Granaten Die Granaten, die werde ich eh nicht werfen Da kriegen wir noch 200 dafür Und da auch 300 Und 300 So, ganz ehrlich Das ist ja der gleiche, den wir haben, oder? Lederjacke Ja Hm Ich glaube, ich kaufe mir bloß das hier Achso, jetzt müssen wir wahrscheinlich wieder nach draußen Wir müssen das alles einnehmen Ich dachte, das wären die Nebenmissionen Was bra- Haben wir irgendwas mit dem Fischerdorf Oder was ist denn das? Straße Aussichtsturm Das machen wir jetzt Erstmal gucken, ob wir hier noch was finden Denn Munition Unser Zeug ist ganz wichtig Hier ist schon mal nichts drin Also was kann ich für dich tun? Ich gucke mal Gegenstände Mit dem ich eventuell was anfangen kann Na, guck mal hier War da echt nichts drin? Das sieht nicht so aus Dann sichern wir doch mal die Straße Das sieht nicht so aus Ja, ich gucke mal hier 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 Das ist doch nicht wahr Ganz ehrlich ehrlich. Wie soll ich mich denn mit einer Strotflinte verteidigen? Ich hab nicht mal eine Waffe auf Fernkampf. Du für mich gar nichts. Ich muss irgendwie den Turm hier einnehmen. So jetzt gehen wir einfach mal in den Nahkampf. Okay, okay! Okay, okay! Okay, okay! Oh, 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 oh. Schießt mich von da oben durch. Ganz ehrlich, wie soll ich das schaffen? Vor allem noch alleine. Ihr wollt mich doch verarschen. Ganz ehrlich, ich mach hier mal einen kleinen Cut. Für euch gehts dann gleich weiter oder in der nächsten Folge. Bis dahin, haut rein. Hallo und herzlich willkommen zurück hier bei Stalker Clear Sky. So und? Warten wir mal ganz kurz ab hier. Aua. Das Fisch macht uns fertig. So, das mussten wir mal ganz kurz benutzen. Okay, wir stürmen jetzt den Turm. Das habe ich jetzt gerade so geschlossen. Wir müssen nämlich aggressiver einfach sein. Einfach jetzt drauf. Das sind wir hier aus dem Weg. Das sind wir hier aus dem Weg. Okay, die hätten wir schonmal. OK. Untertitelung des ZDF für funk, 2017